Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn die Erfahrung herauskommt, wird es schreckliche Schlagzeilen geben. Du hast mir ins Gesicht gelogen. Du hast versprochen, Lauri freizulassen. Er ist nicht mein Gefangener gewesen. Ich habe schon lange den Wunsch, ein eigenes Kind in meinen Armen halten zu können. Ich bin der am wenigsten eifersüchtige Mensch, den ich kenne. Was sollte das vorhin? Du kannst doch nicht einfach so abhauen. Du weißt schon, dass ich dich da rausholen kann. Nein, nein, nein. Entschuldige, ich bin es einfach nicht gewohnt, Sex ohne Liebe zu haben. Na toll, der erste Mann, der so denkt, muss ausgerechnet mir in dieser Situation begegnen. Du warst schon immer ein liebeshungriges schwarzes Loch, das einfach unersättlich ist. Ich bin ein sehr bescheidener und selbstloser Mensch. Du gehst einfach los und machst das, worauf du gerade Lust hast. Das Leben ist eine Bühne. Tössia macht das Solo und die anderen singen im Hintergrund. Hey, 70 ist das neue 60. Fakt ist, dass Göttinnen nie älter werden.